Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video! Ich wollte gerade schon sagen, ich hätte einen neuen Projekt... Hä? Ich bin auf die Show, auf die zwei. Und kann ich für diese verdammte Landerung schaffen? Ich glaube, man hört sich nicht... Häh? Kannst du mal bitte lauter sprechen? Nein! 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 Du... Du... Schlau... Brauch frisches Wasser. Brauch frisches Wasser. Brauch frisches Wasser. Zummerzummarum juckt im Endeffekt niemand. Brauch frisches Wasser. Brauch frisches Wasser. Brauch frisches Wasser. Und zu einem neuen Video. Nimm grad'n Video auf. Mit diesen komischen Typen. Ja, wahrscheinlich. Alex, hörst du? Nee, ich hoffe, euch hat die letzte... Fuck! Ich hoffe, euch hat die letzte Folge gefallen. Und... Ja. Ich wollte ne Kartoffel platzieren. Weißt du, was bei mir heute schon den ganzen Tag lädt? Weißt du, was bei mir heute schon den ganzen Tag lädt? Nee. Ähm... Ich hab' ja ganz viele Videos Raft und Trimakers aufgenommen. Ja. Und die laden gerade schon den ganzen Tag alle... Ähm... Ich hätt' das auch über den Kabel machen können, aber hab' ich keinen Bock zu. Warte, wie lange denn das? Das hab' ich schon mal aufgebildet. Das bringt den Null. Was? Ach, ihr sind meine... Ich hör' dich nicht ganz leise und meine Hände ist auch voller Lautstärke. Warte mal. Ich mach' mal kurz Kopfhörer. Ich mach' mal kurz Kopfhörer. Warte kurz. Ich schmeiß' einfach einen groben Herren. Junge, ich... Mein Kopfhörer. Ich bin langsam, ich hab' ich... Schlaf mal, Bill. Und jetzt hab' ich Durst. Ja, jetzt schlaf du. Aber ich hab' ich hab' so Durst. Ich würde direkt... Ich würde halt direkt sterben. Da ist nichts drin! Jo, Gott. Hast du... Hast du ein Plastik? Ich... Ich muss kurz... Warte kurz. Ich... Ich komm' gleich. Oh Gott. Mensch. Okay. So. Hast du ein Plastik? Hallo? Ich... Nichts. Egal. Ich hör' dich nur ganz schlecht. Egal. Egal, ja... Aber das war voll weise gerade. Ja, egal. Hä? Ah... Ist gerade jemand bei dir? Nee. Wait a minute! Hä? Nee. Hey, lass mal schlafen! das ist mein Wettel Aaaaah Aaah aaaah Aaaaaah Ich glaub hier 10 Beide meine Kopfhörer als Maus benutzen Hä? Höhöhöhöhöhöhöh? Wo ist dein? Oh, was mein? Nein, ich hab das nicht zu tun, wirklich Juck, wo bist du mein Geld hin? Das wurde gegessen vom Hai Hey, ich habe mich schon gefragt, wo die blöde Panke war. Wir brauchen uns alles von dieser Palme gegessen. Ey, ich brauche zehn Palmeblätter und zwei Kunststoff. Dann kann ich dir jetzt ein neues craften. Ich habe dir alles von Kunststoff, was ich hatte gegeben. Ich habe neun Palmeblätter. Oh, wir brauchen noch zwei Kunststoff. Eine Ewigkeit später. Ich höre gerade, wie die Sachen jetzt keine... Sieben. Ich habe neun, sicher. Ich habe neun, sicher. Ja, das war nicht so für mich eigentlich. Das war nur ein Soap, dass ich nicht so für mich. Aber nur manchmal halt nicht. Also... Äh, warte, ich habe ein Bett für dich. Hier, warte, komm mal her. Hier, warte, wir wählen uns ein Bett. Ja, hier. Kommst du? Ein Doppelbett. Ich habe kattes Segel gut gemacht. Er hört mich nicht, aber ich höre ihn schon. Hören Sie sich doch. Aber halt nicht immer. Ja, sorry, im Aufnahm... Also, mich hört ein Eichhattig gut, kann ich nochmal sagen. Hallo? Okay, jetzt warst du mal wieder laut... Der lautere war... Oh, okay. Nein, der... Ich hab... Ich hab's doch aufzuschrauben, ich hab's doch voller Läschchen. Ich war noch da. Eine Sekunde... Hä? Bist du gestorben? Warte mal. Ich bin gestorben, anscheinend. Nee, bitte? Weil, gerade eben hatte ich noch ein randvolles Inventar, ich hätte keinen Platz mehr. Und dann mal kurz von dem schwarzen Bildschirm, als ich vor dem Schlaf rief... Ähm, kurz, kurz, bin ich im Wassen. Jetzt hatte ich fast nichts mehr im Inventor. Oh. Ich ver... EGAL! Ich hab's doch wieder platziert, ne? Ey, der Ehring, was will mich leider sagen. Ey, ich bin ja nicht bezogen. Eins. Ich späne, ich späne. Ich späne. Ich späne. Ich späne. Ich späne gerade so von... Weißt du, dass der sich so anschlägt, weißt du? Dann langsam... Komm her. Ja, ne, 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 ne. Na, ne, 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 na. Ich späne gerade mal. Ist mir egal. Ist mir egal. Ey, siehst du die Insel? Oder bist du blind? Ned Chrome. Youtube Rappen. Hast du einen Schot für dich? Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch was hab. Ne, ich hab nichts. Ich hab nicht mal gemacht. Oder bitte. Ab kurz. Ab komm, bin ich. Wenn wir es generell mal in uns war, seit ihr noch kommt, wird unten. Eine Stunde später. Adieu. Zum ersten Mal ist ein Schmiedigkeit. Ist du eben nicht stummt, doch wie? Ich hab so durften, dass ich lange. Gehen. Kann ich schnell Ananas essen? Ja, ich fahr ab. Ein paar Sekunden später. Du bist komplett leise und ich hab meine Kopfhörer auf voller Lautstärke. Ich bin direkt am Mikro. Ah, gut. Jetzt fahrst du plötzlich lauter und jetzt wieder leise. Ich bin... Ach, komm scheiße. Scheiße auf der G***. Ah, jetzt. Oh, ich bin so wie... Ich hab heute schon drückt. Ähm... Was ist schon da? Nein, fang nicht los. Ich muss ja noch alles haben. Oh, alles gut. War los, ne? Mein Herz. Ich muss doch sammeln. Ach man, oh Hans will wieder Sonntun. Ich hab gerade das Problem. Was ist los? Ich hab gerade das Problem. Was ist los? Irgendwas ist ganz komisch bei dir. Der Hi, der Hi, der Hi. Der Hi. Oh, Alice, ich bin so dumm. Wollen wir vielleicht nochmal über, ähm, über, über, äh, Discord telefonieren? Warum? Vielleicht, aber nur ganz vielleicht, waren, äh, meine Boxen aus. Was will sie sagen? Ah, hör mal! Also Leute, wie ihr seht, ich hab hier, ähm, Essen. Also, ich hab eigentlich genug Essen. Keine Planken. Danke für nichts. Das sieht saftig aus. Hier ist Schrott. Geil, ich brauch Schrott, Leute. Ich brauch Schrott. Au. Wir nehmen hier mal Sand mit. Für, äh, für die Schmelze, genau. Dazu wollen wir dann noch gehen. Jetzt freu' ich doch Grundstoff dazu. Meine Güte, Leute. Ich sterb hier gerade. Ich snack jetzt nur was rein, bisschen, so, zack. Äh, Ananas snack mir auch nochmal, so, zack. Und mir dürfte das Video gut gehen. Psch, okay. Ton. Ton. Riesenmuschel. Ton. Äh, Sand. Sand. Okay. So, Leute. Ich hab gerade gemerkt, dass ich die einfach gedrobt hab, obwohl ich das nicht gemerkt habe. Okay, Johannes macht gerade mal wieder. Scheiße. Geil, wir haben einen Schockenziegel. Hallo, ich hab was gehört. Ich hab was gehört. Oh Gott, ich hab was gehört. Hallo, ich hab was gehört. Zumas, warum juckt im Endeffekt niemand? Hallo, kannst du was sagen, bitte? Ich hab hier einen Trockenziegel. Siehst du? Ist gut. Nigg mal. Hallo, wenn du mich hören kannst, dann nigg mal mit dem Kopf oder spring hoch. Eine Stunde später. Mach ein Emoji. Ah, ja, gut, 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 gut. Hm. Okay, Leute, er kann mich hören, ich kann die nicht hören. Ich habe hier einen Trockenziegel gemacht. Kannst... Ey, ich hab einen Trockenziegel gemacht und wenn du mir sieben Kunststoff gibst, dann kann ich noch ein zweites Lager machen. Äh. 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 Ähm. Ja, Leute, ich geh jetzt nochmal rumfahren. Hier haben mittlerweile drei... Trockenziegel. Die trocknen auch irgendwann. Äh, hallo? Könntest du mal... Wie viele Planken hast? Du kannst du mal in Chat schreiben, bitte. Danke für die Planke. N. Du kannst über meinen Schrott aufnehmen. Ey, ich brauche wirklich keine... Ähm... Lass mal weiterfahren, okay? Äh, sneak mal... Sneak mal bitte, wenn du es verstanden hast. Ja, Leute, es tut mir leid, dass wenn Johannes dich hört... Sprachenlernen Bubble. Oh, warte mal, man muss E drücken. Aber er hat... Neben... Okay. Hallo? Oh, so, dann fahre ich ja schon weiter, Leute. Wir... Kra... Ich hab... Oh, fuck, ich brauch... Nein! Stopp! Ich hab... Ich hab... Ich hab... Zumas, Marum, juckt im Endeffekt niemand. Das war wichtig, Leute. Wir können uns jetzt... Äh... Noch einen nassen Ziegel her... Geil, ich hab ne... Geh... War da ne... Da war ne Möwe. Ich habe es gesehen, Leute. Ah, da ist der Ziegel. Wie viele Ziegel brauchen, um ein Schmelz zu machen? Das geht noch nicht, weil ich sie noch nicht hervorstellt habe. Okay, perfekt. Also, Leute, einmal erforschen die... So, Leute, wir lernen jetzt die Schmelze und... Let's go! So, Leute, wir können jetzt die Schmelze craften und ich wollte jetzt... Leute, ich wollte jetzt noch die Riesenmuschel... Ach so, die ist schon gelöscht. Okay. Noch was erforschen. Ist hier noch irgendetwas zu nehmen? Also, die Nägel hätte ich, das wäre kein Problem, aber... Der Rest? Ja, gut. Ja, Leute, das... Zack. Ist so... Halbgewachs. Hm. Sag mal, wir hatten hier nicht nachgefüllt. Wir haben vier trockenen Zegeln und brauchen sechs Stück. Und warum wir nicht weiterkommen? Ich weiß es nicht. So, Leute, wir nehmen doch eine rauere Karte. Ich kann einfach kein Deutsch. Äh, wir werden uns jetzt nochmal ne... Wir würden uns gerne eine Waffe machen, aber haben noch nicht mehr Plan. Haben noch nicht... Also, beziehungsweise... Ja, Johannes hat mal wieder Probleme wie immer in seiner Laufbahn. Ach so, er hört... Okay, er hört mich. Mist. So, meins. Äh, also hier kommen immer die Rüben rein. Also hier. Und da kommen die Kartoffeln rein. Ja, hast du verstanden? Okay, das ist gut. Nein, jetzt habe ich noch... Ich habe keine Planken mehr, Leute. Hast du noch Planken zufällig? Erstfass. Dank. Wo ist er denn? Warte. Ins Bett legen. Äh. Ja, Leute. Und... Ja. Ich hoffe, man hat mich diesmal besser gehört, weil... Letztes Mal hat man hier das Problem, dass man... Oh, Mann. Mich schübt es in meine Augen. Weil letztes Mal war ja das Problem. Das Problem, meine ich, dass man mich nicht so gut gehört hat, oder? Also im Schnitt ist mir das auch gefallen, dass ich mich ziemlich übersch... Oder ziemlich laut schreiten musste. Deshalb kann es sein, dass die Folge ein bisschen übersteuert war. Weil Johannes war halt übel laut und... Ja, ich cache jetzt... Was für cache ich? Ich fahre mir jetzt noch ein bisschen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Leute, wir machen jetzt noch die Dekoration. Was geht da auch? Flagge. Hatten wir nicht schon Flagge? Oder gibt es mehrere Sorten von Flaggen? Leute, das war es mit der kleinen Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lass jemanden ein Like da. Schaut auf den Beckerer Video 07 vorbei. Die ist verlinkt. Ist sie noch wegen der Insel angekommen. Ich hoffe, wir halten da jetzt weiter. Ich habe eins halt zu wenig. Warte kurz. Ich hole kurz meine Planke. Es tut mir sehr leid für dich, dass du gerade gebietet wurdest. Also irgendwie... Ja, Leute. Schaut gerne bei diesem komischen Typ vorbei, der jetzt leider nicht sein... ...sag ich mal, lustigen Abschied machen kann. Ich war leider noch nicht her. Ja, Leute. Das war's mit der Folge. Wie war... Weiß ich... Ah, warte. Ah, ja, 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 warte. Okay. So, Leute. Das war's mit der heutigen Folge. Schaut gerne bei der Kabine 07 vorbei, der kleinen Platz neben mir. Und ja. Das war's. Wir halten uns gerade an der Hand. Tschüss, Leute.